Was ist REMAX? REMAX nimmt auch in der IT eine Vorreiterrolle ein. Wir machen unsere Immobilienmakler und Franchise-Partner effizienter mit digitalen Tools und Services. Und das ist unser Ziel, ganz einfach im gesamten Geschäftsprozess der Immobilienvermittlung gewisse Bereiche effizienter zu gestalten und da unterstützt die Digitalisierung natürlich enorm. Also das beginnt bei einer klassischen Webseite, wir unterstützen bei der Präsentation im Internet, wir unterstützen bei der Präsentation auf Social Media beispielsweise, Facebook, Instagram, LinkedIn, wie sie alle heißen. Wenn wir schon beim Thema Digitalisierung sind und Vorreiterrolle von REMAX in Österreich, dann ist DEV das digitale Angebotsverfahren zu erwähnen. Das gibt es exklusiv in Österreich nur bei uns, für unsere Partner, für unsere Makler. DEV, das digitale Angebotsverfahren vereint vieles. Das geht weiter mit der Immobilienmakler-Software, die sowohl auf dem Smartphone wie auch auf dem Desktop zur Verwendung ist. Wir haben ein eigenes Internet, eine riesige Wissensdatenbank, wo wir auch mit Webinaren unterstützen, mit Videoinhalten, mit ZIG-Dokumenten und Wissensinhalten ganz einfach, die der Makler tagtäglich anwenden kann, wenn er das möchte. Mittlerweile haben wir mehr als 700.000 Zugriffe monatlich. Das ist eine ganz tolle Zahl, da bewegt sich schon einiges. Wir haben über 1,5 Millionen Zugriffe auf einzelne Immobilien. Das heißt, allein mit der Plattform REMAX.at bieten wir dem Makler schon eine Riesenmöglichkeit, die Immobilien zu präsentieren, aber auch sich selbst, sein Team, sein Büro, sonstige Leistungen, die er eben anbietet, das bieten wir eben mit der Immobilienplattform an. Der Kunde hat im Endeffekt davon sowohl der Verkäufer als auch der Käufer einen tollen Service, weil der Makler erledigt für ihn die Arbeiten im Sinne der Immobilienvermarktung. Der Verkäufer hat auch die Möglichkeit durch das digitale Angebotsverfahren einen tollen Service. Wir bieten mit REMAX beispielsweise für Suchinteressenten, also auf der Käuferseite, ganz viele Funktionen an, um die Suche schneller, angenehmer, bequemer zu machen. Man bekommt beispielsweise 24 Stunden vor allen anderen ein Immobilienangebot. In der derzeitigen Marktsituation eine ganz, ganz tolle Leistung, weil einfach Informationsvorsprung so wichtig ist, um an seine Wunschimmobilie zu kommen. Wir bieten Möglichkeiten einer Online-Terminbuchung an. Wir haben die Möglichkeit, genaue Adressabfragen zu machen. Das heißt, bei uns erfährt man auch ganz genau, wo ein Objekt sich befindet. Aber das ist mit myREMAX beispielsweise möglich. Wir haben schon viele, viele Jahre auf die Digitalisierung gesetzt. Viele sind in diese Richtung entwickelt und auch vorangetrieben. Sicher hat Corona die Digitalisierung noch weiter beschleunigt. Das war quasi ein digitaler Crashkurs für unsere Kollegen im Netzwerk. Und viele Dinge, die wir bereits vor längerer Zeit angeleert haben, haben wir das nochmal an Fahrt aufgenommen. Und es war der richtige Zeitpunkt, das gerade jetzt nochmal weiter zu forcieren. Nicht nur wilde Junge, sondern sehr wohl auch arriviertere Marke erkennen den Riesenvorteil der Digitalisierung und kommen halt gern dann in ein Netzwerk, wo sie halt nicht nur Teile bekommen, sondern das Gesamtpaket.